Am 6. Februar fand auf Antrag der Russischen Föderation eine weitere Sicherheitsratssitzung in New York statt, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen. Russland nutzt weiterhin sein Recht, Ratssitzungen anzufordern, um den Krieg wiederholt zu diskutieren. Dies verärgert die westlichen Mächte, da es Russland ermöglicht, den Krieg auf die diplomatische Agenda zu setzen. Dies untergräbt das Argument des Westens, dass Russland an Diplomatie nicht interessiert sei. In Wirklichkeit nutzt Russland alle verfügbaren diplomatischen Mittel, während es gleichzeitig erklärt, dass es militärische Gewalt weiterhin einsetzen wird. Dies wurde ausdrücklich vom russischen Vertreter erklärt. Sie verfolgen einen zweigleisigen Ansatz, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Treffen sind bedeutend, weil sie eine Plattform bieten, auf der alle großen Mächte zusammen mit kleineren Nationen die Möglichkeit haben, im Sicherheitsrat, der aus 15 Mitgliedern besteht, zu sprechen. Jeder kann sich äußern und es gibt sehr klare Verfahrensregeln. Deshalb geht die Diskussion hin und her. Ich werde Ihnen nun den Austausch zeigen, der zuerst mit dem russischen Vertreter stattfand. Dann werde ich ein paar Leute überspringen und dem französischen Vertreter zuhören, gefolgt vom britischen Vertreter. Beide gaben die übliche Antwort. Das Memo wurde herumgereicht und besagt, dass immer, wenn die Russen etwas sagen, die Antwort sein sollte, dass nichts Schlimmes passiert wäre und niemand gestorben wäre, wenn Russland nie eingedrungen wäre. Das ist das aktuelle Mantra, das jeder wiederholt. Unter internationalem humanitärem Recht spielt es keine Rolle, wer einen Krieg beginnt oder was ihn verursacht. Sobald ein bewaffneter Konflikt auftritt, gelten die Kriegsgesetze oder das internationale humanitäre Recht. Es wird illegal, Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu bombardieren. Diese Handlungen werden für illegal erklärt. Russland bringt dies immer wieder zur Sprache, weil Tragödien weiterhin geschehen. Tatsächlich passiert das auf beiden Seiten. Aber kürzlich haben wir das hier am Samstag gesehen. 28 Menschen wurden bei einem Angriff getötet. CNN berichtet so darüber, und darauf möchte ich ihre Aufmerksamkeit lenken. CNN berichtet, mindestens 28 Tote bei Angriff auf russisch besetzte Stadt in der Ostukraine. Es lässt einen fast denken, dass die Russen diese Menschen getötet haben, obwohl das weder der Artikel noch die Überschrift sagt. Man muss weit nach unten scrollen, um zu realisieren, dass die Russen tatsächlich die Ukrainer beschuldigen, das getan zu haben. Und die Ukrainer schweigen dazu. Es ist auch sehr bezeichnend, dass dies am Samstag, dem 3. Februar, passiert ist. CNN braucht zwei volle Tage bis Montag, um tatsächlich darüber zu berichten. Dann haben die Russen nur drei bis vier Tage gebraucht, um dies auf die Tagesordnung zu bekommen. Denn es wurde dann am 2. Februar im Sicherheitsrat diskutiert. Als Antwort mussten selbst die westlichen Mainstream-Medien zugeben, dass etwas passiert ist. Das war es, worüber sie sprechen wollten. Die Russen machen das immer wieder. Also jetzt, bitte, ohne weitere Umschweife, genießen Sie die Show. Ich werde nach allem noch ein paar Bemerkungen machen. Bitte schauen Sie genau hin. Frau Präsidentin. Wir haben eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates aufgrund des Raketenangriffs der ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Lysitschansk am Samstag, den 3. Februar, einberufen. Der Angriff hat fast vollständig ein zweistöckiges Café und eine Bäckerei zerstört, wodurch die Stockwerke einstürzten. Etwa 40 Personen wurden unter den Trümmern begraben und 28 Menschen starben, darunter eine schwangere Frau und ihr fünfjähriges Kind. Vier der Verletzten befinden sich in sehr ernstem Zustand. Wir glauben, dass Ziel und Zeitpunkt des Angriffs absichtlich gewählt wurden. Die Stadt, die in der Nähe der Kontaktlinie zwischen den beiden Seiten liegt, wird regelmäßig mit verschiedenen Waffen beschossen. Es gibt wenige Freizeiteinrichtungen. Die Angreifer warteten, bis Familien an ihrem freien Tag spazieren gingen und schlugen dann zynisch an dem praktisch einzigen Freizeitort in Lysitschansk zu. Der Schlag wurde mit hochleistungsfähigen, präzisen Waffen durchgeführt, wahrscheinlich HIMARS-MLRS-Raketen. Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation hat Munitionsfragmente vom Angriffsort gesammelt, um deren Herkunft zu überprüfen. Heute erwarten wir Behauptungen, dass Russland den Rat zu oft bezüglich der ukrainischen Krise einberuft. Aber wir sind es nicht, die Gründe für diese Treffen erfinden. Es sind die ukrainischen Militanten, die so wild und unverschämt geworden sind, dass sie fast jede Woche Terrorakte begehen. Sie beschießen zivile Infrastruktur und töten Zivilisten auf russischem Territorium. Dies ist der vierte Terroranschlag dieser Art in den letzten anderthalb Monaten. Die Handlungen des Kiva-Regimes sind erstaunlich in ihrer Grausamkeit und ihrem ausgeklügelten Hass. Das Bombardement in Belgorod, die zwei Schläge auf Donetsk und jetzt der in der Stadt Lysitschansk fanden an Wochenenden und Feiertagen in Gebieten statt, wo sich Zivilisten in großer Zahl versammeln. Das Timing der Schläge fiel unweigerlich mit den Spitzenzeiten von Besuchern an einem bestimmten Ort zusammen. In keinem der Fälle gab es in der Nähe militärische Infrastruktur. Die Tatsache, dass der Chef der Junta endlich seine Masken abgelegt hat und den Weg des Terrorismus gewählt hat, wird nicht nur durch die offenen Aussagen seiner Anführer, sondern auch durch ihre Handlungen belegt. Zum Beispiel erfuhren wir gestern, dass georgische Grenzschützer eine Ladung Sprengstoff beschlagnahmt haben, die als Autobatterien getarnt war. Diese waren für Terroranschläge in Voronezh und möglicherweise in Tiflis bestimmt. Diese gescheiterte Aktion, die darauf abzielte, Georgien für alles verantwortlich zu machen, liegt in der Verantwortung eines Abgeordneten aus Zelenskys Partei. Diese Projekte und der Stil der schlimmsten Isil-Terroristen werden durch westliche Hilfe für die Ukraine finanziert. Die ukrainischen Streitkräfte haben zweifellos ein Gefühl der Straflosigkeit und der Erlaubnis. Darüber hinaus sind sie sich der bedingungslosen Unterstützung aus Washington, London und Brüssel bewusst, die gleichgültig gegenüber der Tötung von Zivilisten, der Zerstörung von Familien und der Ruinierung des Lebens und der Zukunft von Menschen zu sein scheinen. In seiner intensiven Abneigung gegen unser Land und seinem Wunsch, Russland zu schwächen, scheint der Westen bereit zu sein, das Leben anderer Menschen zu opfern und universelle moralische Normen aufzugeben. Es wird gehofft, dass die gewöhnlichen Bürger der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, die unter strenger Zensur und Propaganda leben, die volle Wahrheit über die Gräueltaten Kiefs und die Mitschuld ihrer eigenen Regierungen daran erfahren werden. Sie sollten sich bewusst sein, dass die tödlichen Waffen, die in die Ukraine geschickt werden, dazu verwendet werden, terroristische Akte gegen unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur zu begehen, was internationales humanitäres Recht verletzt. Wenn jemand argumentiert, dass westliche Länder nicht verantwortlich sind, weil es Kief ist, das seine eigenen Ziele auswählt, sollten sie sich an das Geständnis von Herrn Skibitsky erinnern, einem Vertreter der Hauptnachrichtendirektion der Ukraine. Im August 2022 wurde enthüllt, dass Kief, um HIMARS-Systeme zu nutzen, im Voraus das Ziel mit Washington abstimmen muss. Dies macht deutlich, wer bei dem in Lysitschansk begangenen Verbrechen mitschuldig war. Und es geht nicht nur um dieses Verbrechen, sondern um Dutzende, wenn nicht Hunderte von anderen, die westliche Waffen involvieren. Frau Präsidentin, zu den jüngsten ungeheuerlichen Handlungen der banderitischen Junta gehörte der vorsätzliche Angriff am 24. Januar auf das russische Militärtransportflugzeug IL-76 der russischen Streitkräfte. Dieses Flugzeug transportierte 65 ukrainische Kriegsgefangene für einen vereinbarten Austausch. Der Angriff führte zu 74 Todesfällen einschließlich der russischen Besatzung, Militär, Polizeibeamten und aller Kriegsgefangenen. Das Kiva-Regime war vollständig über den geplanten Austausch informiert. Es wurde über die Transportmethode und die Route für den Transport der Gefangenen informiert. Jedoch bestätigte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine fast unmittelbar nach dem Flugzeugabsturz stolz seine Beteiligung. Dies erkannte effektiv an, dass das Flugzeug absichtlich von der ukrainischen Armee abgeschossen wurde. Aber als die Öffentlichkeit erfuhr, dass das Flugzeug gefangene ukrainische Soldaten für einen Austausch transportierte, änderte das Büro von Präsident Zelensky schnell seine Erzählung und begann, jede Beteiligung der Ukraine an der Katastrophe zu leugnen. Es ist bezeichnend, dass Präsident Zelensky zunächst die Notwendigkeit einer internationalen Untersuchung des Todes der Personen an Bord des Flugzeugs betonte. Doch als mehr Beweise für die Beteiligung der ukrainischen Streitkräfte auftauchten, ließ das Kiva-Regime diese Forderung fallen. Es erkannte, dass die Einbeziehung unvoreingenommener internationaler Experten in die Untersuchung seine Schuld bestätigen und den ohnehin schon angeschlagenen Ruf der Ukraine vollständig zerstören könnte. Seit dem von uns am 25. Januar geforderten Treffen hat die russische Untersuchung Fortschritte gemacht. Wir haben die Entschlüsselung des Flugdatenschreibers und des Stimmrekorders abgeschlossen. Wir analysierten auch Abstriche von Fragmenten der Hüllen und Mechanismen von der Absturzstelle und identifizierten Spuren von Hexogen mit Verunreinigungen, die bis zu 10% Sauerstoff enthalten, was typisch für im Ausland hergestellte Sprengstoffe ist. Heute besitzen wir unwiderlegbare Beweise dafür, dass eine Patriot-Flugabwehrrakete verwendet wurde, um den Schlag auszuführen, was keinen Zweifel daran lässt, dass Washington ebenfalls ein direkter Komplize in diesem Verbrechen ist. Das Außenministerium hat diese Informationen in keiner Weise kommentiert. Stattdessen hat es heuchlerisch vorgeschlagen, dass die Vertreter von Coup dies tun sollen. Mehr als 670 Fragmente von Körpern der Opfer sowie teilweise erhaltene persönliche Dokumente wurden in der Nähe der Absturzstelle gefunden und gesammelt. Als Ergebnis der durchgeführten genetischen Tests können wir die Identität der sechs Besatzungsmitglieder, drei Militärpolizisten und 65 ukrainischen Soldaten, die beim Flugzeugabsturz starben, eindeutig bestätigen. Die Untersuchung hatte die genetischen Daten aller ukrainischen Soldaten zur Verfügung. Wir sind bereit, das Ergebnis unserer nationalen Untersuchung mit allen interessierten internationalen Organisationen zu teilen. Wir haben bereits einen Brief in dieser Angelegenheit an die Vereinten Nationen zirkuliert. Die Beweise für die Beteiligung der Streitkräfte der Ukraine an diesem terroristischen Angriff auf die L-670 sind so unwiderlegbar, dass selbst der Westen sie nicht ignorieren kann. Ein namentlich nicht genannter französischer Beamter teilte kürzlich der Associated Press mit, dass das französische Militär glaubt, das Flugzeug sei von einem Patriot-System aus einer Entfernung von etwa 50 Kilometern abgeschossen worden. Wir fordern die Mitglieder des Sicherheitsrates und die Führung der Vereinten Nationen erneut auf den Raketenangriff auf Lysitsk sowie alle anderen terroristischen Akte, die vom Kiva-Regime begangen wurden, entschieden zu verurteilen. Die Bandera Junta sieht ihr Schweigen als Freibrief, immer mehr Verbrechen zu begehen. Unsererseits bekräftigen wir, dass alle an diesen Verbrechen Beteiligten, einschließlich ihrer Organisatoren und Ausführenden, identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Wir bekräftigen auch, dass alle Ziele der Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie die anderen Ziele der speziellen militärischen Operationen erreicht werden, sei es durch diplomatische oder militärische Mittel. Vielen Dank. Frau Präsidentin, ich möchte Frau Di Carlo für Ihr Briefing danken. Am 1. Februar wurde ein Konvoi von EPR, der Schweizerischen Evangelischen Hilfswerk, von russischen Drohnen verfolgt, als er die Stadt Bereslaw verließ. Die beiden Fahrzeuge, die nicht gepanzert waren, zeigten das EPR-Logo auf der Motorhaube und den Seiten. Es war klar, dass diese Fahrzeuge zu einem NGO-Konvoi gehörten. Russland hat diesen Konvoi absichtlich ins Visier genommen, wobei zwei französische zivile Hilfsarbeiter getötet und drei weitere verletzt wurden, zusammen mit einem Ukrainer. Diese Personen waren humanitäre Helfer, die ihr Leben riskierten, um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen. Seit zwei Jahren leidet diese Bevölkerung unter den verheerenden Folgen der russischen Aggression. Russland hat erneut absichtlich Zivilisten ins Visier genommen und damit das internationale humanitäre Recht verletzt. Erst letzte Woche griff es die Ukraine mehr als 1500 Mal an, traf 570.000 Dörfer, tötete zwölf und verwundete 60. Wir werden uns auch an die Massaker erinnern, die von russischen Streitkräften in der Ukraine verübt wurden, einschließlich der gezielten Angriffe auf den Bahnhof Kramatorsk, als tausende Zivilisten versuchten, dem Konflikt zu entfliehen, das Einkaufszentrum in Kremenchuk, Wohngebäude in Venizia und eine Trauerfeier in Roja. Der Zynismus, mit dem Russland versucht, die Verantwortung umzudrehen, ist jedem klar. Indem sie die heutige Sitzung einberufen, während sie täglich Zivilisten und zivile Infrastruktur in der Ukraine angreifen, beleidigen sie unsere Intelligenz. Es manipuliert dieses Gremium erneut auf grobe Weise. Russische Soldaten und Bewohner des Donbass, Zivilisten in den Dörfern der Ukraine und französische Ersthelfer. Allein Russland trägt die Verantwortung für all diese Tode in seinem Krieg gegen die Ukraine. Frankreich spricht den Familien der 28 unschuldigen Opfer vom 3. Februar sein Beileid aus. Doch dieses Drama, wie auch alle anderen, ereignete sich nicht vor dem 24. Januar 2022. Russland muss seine Aggression einstellen und seine Truppen zurückziehen, wie es der Internationale Gerichtshof gefordert hat. Wenn es das täte, würde das Gemetzel aufhören. Es kann diese Wahl jederzeit treffen, ohne seine eigene Sicherheit oder die der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine zu gefährden. Danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und danke an die Untergeneralsekretärin Di Carlo für ihren Bericht. Wir begrüßen den Vertreter der Ukraine in der Kammer für dieses Treffen. Das Vereinigte Königreich bedauert zutiefst jeden Verlust von Menschenleben in diesem Krieg, wo immer er auch stattfindet. Aber vielleicht sollten wir mit einigen Fakten beginnen, die Russland vor der Welt und seinem eigenen Volk zu verbergen versucht. In den 700 Tagen seit Beginn der illegalen Invasion der Ukraine durch Russland wurden viele Tausende von Menschen durch die Hände russischer Streitkräfte getötet oder verletzt. Russland hat unerbittliche Angriffe auf zivile Infrastruktur, Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Gebetsstätten durchgeführt. Russischen Streitkräften wird die Verantwortung für groß angelegte Gräueltaten zugeschrieben, einschließlich Folter, sexueller Gewalt, Zwangsdeportation und willkürlichen Hinrichtungen. Dabei wurden erschreckend viele russische Soldaten selbst getötet und russische Familien in Trauer gestürzt. Allein die russische Regierung ist verantwortlich für den Tod und das Leid, das dieser Krieg verursacht hat. Keine Menge an Desinformation kann die sehr grundlegende Tatsache verschleiern, dass Russland die Ukraine unprovoziert und in klarem Verstoß gegen die Charter der Vereinten Nationen überfallen Es ist ein Krieg, dem Präsident Putin sich weigert zu beenden, trotz all des Schadens, den er für Russlands Stellung in der Welt verursacht hat. Es hat auch zum Tod einer großen Anzahl russischer Männer und Frauen geführt. Stattdessen hat er sich entschieden, an einer imperialistischen Fantasie festzuhalten. Russische Angriffe zielen weiterhin auf die Ukraine ab, unter Verwendung von Waffen, die von Kim Jong-un beschafft wurden. Dies verstößt gegen Resolutionen des Sicherheitsrats. Also, wenn Russland zu diesem Rat kommt, um ihre Propaganda zu verbreiten, erinnern wir uns daran, wer für diesen Krieg und seine schrecklichen menschlichen Kosten verantwortlich ist. Wer verstößt weiterhin gegen die Prinzipien dieser Organisation? Und wer hat die Macht, diesen Krieg sofort zu beenden? Wenn Russland Kampagnen führt, um die Versorgung mit westlichen Waffen zu untergraben, wie sie es heute tun, seien wir stolz darauf, fest an der Seite der Ukraine zu stehen. Wir unterstützen ihre Souveränität und territoriale Integrität. Der schnellste Weg zum Frieden ist, dass Präsident Putin seine illegale Invasion beendet. Wir wiederholen unseren Aufruf an Russland, die UN-Charta zu respektieren und seine Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen. Danke. Der Vertreter der Russischen Föderation hat darum gebeten, noch einmal das Wort zu ergreifen, um eine zusätzliche Erklärung abzugeben. Ich gebe Ihnen das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Heute haben wir zynische Aussagen gehört, die suggerieren, dass wir nicht hier sitzen würden, wenn Russland diesen Krieg nicht begonnen hätte. Nein, meine Damen und Herren, wenn wir unsere spezielle militärische Operation nicht gestartet hätten, würden Tragödien wie die in Lissitschansk jeden Tag weiterhin passieren. Genau das geschah praktisch jeden Tag für acht Jahre bis 2022. Nur haben sie es damals nicht bemerkt. Wir kamen, um diesem Krieg ein Ende zu setzen, und das werden wir definitiv tun. An meinen Kollegen aus dem Vereinigten Königreich möchte ich Folgendes sagen. Es war ihr ehemaliger Premierminister Boris Johnson, der im April 2022 nach Kiew eilte, als das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine fast fertig und nur noch zu finalisieren war. Er eilte nach Kiew und sagte seinen Marionetten in Kiew, sie sollten den Krieg gegen Russland fortsetzen. Also war es ihr ehemaliger Premierminister Boris Johnson, der an den Verbrechen des Kiewer Regimes mitschuldig ist und der für den Tod von zehntausenden junger Ukrainer auf dem Schlachtfeld verantwortlich ist. Ihr Leben hätte gerettet werden können, wenn das Abkommen unterzeichnet worden wäre, wenn dessen Unterzeichnung nicht von ihren britischen und amerikanischen Kollegen verboten worden wäre. Um auf die emotionale Aussage des ständigen Vertreters von Frankreich zu antworten, möchte ich betonen, dass Tode immer eine Tragödie sind. Wir sind jedoch überrascht über die zynische Haltung französischer Kollegen, wenn es darum geht, Zivilisten in Seuche zu unterteilen, deren Tod und Tötung sie verurteilen, und jene, deren Auslöschung sie ignorieren. Bei der Empörung über den Tod ihrer Landsleute übersehen französische Vertreter zynisch die Tatsache, dass die von ihnen gesendeten Waffen absichtlich vom Kiewer Regime verwendet werden, um Zivilisten in russischen Städten zu töten. Paris versuchte sogar, solche Verbrechen zu rechtfertigen, indem es das Recht auf Selbstverteidigung beanspruchte und damit im Grunde genommen Terrorakte billigte. Wir beobachten die Hartnäckigkeit, mit der die französische Führung sich weigert, die bedeutende Rolle anzuerkennen, die Paris zusammen mit anderen westlichen Hauptstädten 2014 spielte, als sich die Krise entfaltete. Sie unterstützten das neonazistische Regime in Kiew, das acht Jahre lang seine eigenen Zivilisten, seine eigenen Bürger im Donbass tötete. Frankreich, dessen ehemaliger Präsident zugab, dass die Minsker Abkommen nicht zur Umsetzung gedacht waren, sondern stattdessen dazu dienten, Kiew eine Pause zum Wiederbewaffneten zu geben. Was kann man also über den Beitrag sagen, den Frankreich heute leistet, um die kriminelle Bande in Kiew zu unterstützen, einschließlich der Lieferung tödlicher Waffen an Kiew und der Ausbildung ukrainischer Soldaten? Wir haben wiederholt festgestellt, dass Frankreichs zunehmendes Engagement im Ukraine-Konflikt den Konflikt nicht nur verlängert und eskaliert, sondern auch das Leben französischer Bürger bedroht, die, gefüllt mit antirussischer Propaganda und mit stillschweigender Zustimmung der Behörden, als Söldner an der Frontlinie dienen. Ich hoffe, dass das, was passiert ist, die französische Öffentlichkeit dazu bringen wird, zu überdenken, wie gerechtfertigt, kontraproduktiv und gefährlich die Haltung ihrer Führung im Ukraine-Konflikt ist. Danke. Ziemlich interessant, nicht wahr? Was ich hinzufügen wollte, ist, dass es ziemlich interessant war, als die japanische Vertreterin sprach. Ich denke, sie hat das Memo nicht bekommen, dass sich die Terminologie leicht geändert hat. Man hat sie im Video nicht gesehen, aber sie beendete ihre Aussage mit, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. In den USA ist in den letzten Wochen klar geworden, dass die Terminologie nun lauten sollte, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie wir können, wie Präsident Biden ausgedrückt hat. Diese Änderung spiegelt das wachsende Bewusstsein wider, dass eine Niederlage der Ukraine sehr offensichtlich wird und die Unfähigkeit des Westens weiterhin Waffen zu liefern, weil sie zur Neige gehen. Sogar die Finanzierung trocknet aus. Das ist etwas, das Japan noch nicht vollständig verstanden hat. Japan hat bisher keine Waffen geliefert, nur humanitäre Güter, was lobenswert ist. Jedoch scheinen die Nuancen für Japan verloren zu gehen. Die Austausche zwischen den britischen und französischen Vertretern mit Russland waren ziemlich klar. Es ist sehr heuchlerisch von beiden Mächten und der amerikanische Vertreter war noch schlimmer, weiterhin darauf zu bestehen, dass, da alles Russlands Schuld ist, nur Russland die Macht hat, alles zu beenden, indem es sich zurückzieht. Dies ist zu einem Mantra geworden, dass es ihnen erlaubt, sich als heroische Ritter darzustellen, die die Ukraine unterstützen. Der ukrainische Vertreter, der in diesen Clips auch nicht gezeigt wurde, musste über die Beschwerden der Ukraine und die umfangreichen Todesfälle und Zerstörungen durch den Krieg sprechen, was wahr ist. Es brachte eine schreckliche Menge an Tod und Zerstörung, weshalb es so schnell wie möglich beendet werden sollte. Der ukrainische Vertreter, der seine völlige Verachtung für Russland zeigte, sprach auf Englisch, nicht auf Russisch, was im Sicherheitsrat erlaubt ist. Die Sprachen der Großmächte, einschließlich Spanisch, sind Amtssprachen, aber sie entschieden sich dagegen, diese zu verwenden. Der Punkt ist, dass die Russen ihre diplomatischen Bemühungen, ein ausgehandeltes Ende zu finden, nicht aufgeben. Sie signalisieren auch weiterhin, was sie zu akzeptieren bereit sind und was nicht. In der Zwischenzeit signalisiert der Westen, dass sie nur die vollständige und totale Niederlage Russlands oder einen vollständigen Rückzug aus allen Gebieten, einschließlich der Krim, akzeptieren würden. Das ist die Sackgasse, in der wir uns derzeit befinden. Selbst im Sicherheitsrat spielt sich das immer wieder ab. Das, was mir Hoffnung gibt, ist, dass es tatsächlich im Sicherheitsrat ausgetragen wird. Russland kann die Verfahren der UN nutzen, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nur ein Diskussionsforum ist, um kontinuierlich für eine Art von Verhandlung zu drängen und auch die Gräueltaten immer wieder zur Sprache zu bringen. Also, das ist das Spiel, das derzeit läuft. Ich denke, wenn man sich die verschiedenen Diplomaten hier ansieht, haben die Russen definitiv die fähigsten Leute. Ich hoffe, dass diese Leute irgendwann die echten Verhandlungen für ein realistisches Ende des Gemetzels beginnen. Danke.